Warren Buffett hält nach Übernahmezielen in Deutschland Ausschau. Er sagte, Deutschland ist ein großartiger Markt. Er sagte Buffett im Gespräch mit dem Handelsblatt. Vergangene Woche hatte Berkshire Hathaway die Firma Lewis übernommen. Lewis ein Händler für Motorradzubehör in Deutschland. Buffett hat es den Bericht zur Folge vor allem auf Familienunternehmen abgesehen. In Deutschland, aber auch in Frankreich und in Italien.